Die Ineltec ist sicher einmal eine bedeutende Messe mit über 16.000 Besuchern. Das zum einen, zum anderen ist es auch ein Zukunftsthema. Es geht um Licht, Netzwerktechnik und Energie und deshalb spielt die Ineltec in unserem Messeportfeuern eine wichtige Rolle. Ich denke mir einfach, die Ineltec als Messe, und das sind Messen generell, sind eigentlich eine ideale Plattform, um sich selbst darzustellen, sei es technologisch, sei es wirtschaftlich, sei es politisch, auch gesellschaftlich. Und so gesehen sind Messen generell eine wichtige Plattform. Die Ineltec natürlich für ihre Branche auch. Die Messe steht vor ihrem großen Projekt, dem Neubau. Inwiefern ist jetzt die Energieeffizienz, das Thema Energieeffizienz auch wichtig in diesem Jahr für die Messe und vielleicht sogar auch in Bezug auf die Ineltec? Also das Thema Energieeffizienz begleitet uns die ganze Zeit. Und im Hinblick auf den Messe-Neubau natürlich ein Riesenthema, sind wir auch daran, einen Energiestandard zu erzielen, was wir glauben, auch für uns und die Verantwortung, die wir tragen, sehr wichtig ist.